Es bleibt ein Schmerz, es bleibt eine Trauer. Letztlich nach 50 Jahren auch dann eine Resignation. Man hat es im Kopf, man konnte nichts machen. Ich denke, es ist ein Schmerz, es ist ein Schmerz mit der Familie, die eine Verbindung ist, die mich mit ganzem Leben belastet. Es ist ein Schmerz, es ist ein Schmerz, es ist ein Schmerz. Und deswegen ist es ein Schmerz, es ist ein Schmerz. Wenn sie ein Schmerz mit dem Schmerz, dass ein Schmerz geschickt hat, dann sagt sie nur ein Schmerz. Es ist ein Schmerz, es ist ein Schmerz. Sie sehen, dass sie ein Schmerz mit dem Schmerz. Sie sehen, dass sie ein Schmerz mit dem Schmerz. Ich Premiere ein Schmerz mit dem Schmerz. Es macht die am Schmerz zu einem Schmerz. Wir lassen das, das ist ein Schmerz mit einer Radismik. Das ist eine Schmerzась. Es wird das alles schwer. Die hat geht und wir werden. Das ist ein Foto Album zu der Zeitung. Ich war in der Zeit im Braunschweig-Kolleg und da hat er als Witz geschrieben, dieser Mann half diesem Haus zu Ruhm und Ansehen und es ist dann wirklich so eingetreten. Nur nicht so witzig, wie er gedacht hatte. Ja, auch wenn ich nicht dabei war oder meinen Vater nicht kannte, obwohl ich wahrscheinlich im Bauch meiner Mutter sogar den Schuss gehört habe, hat diese Tragödie natürlich mein ganzes Leben schwer beeinträchtigt. Kann man gar nicht anders sagen. Ja, wenn ich daran denke, dass meine Mutter den Schuss gehört hat und ja schon schwanger war und ich den als Fötus auch gehört habe, wenn andere Kinder als Fötus Mozart-Musik vorgespielt bekommen, damit sie sich gut entwickeln. Und auf der anderen Straße sein kann, wo der Opa sogar Mozart gespielt wurde für andere. Dann finde ich das ziemlich absurde. Also, in der 2. Juni 2019, ich kam der Schaaf von Pärzien nach West-Berlin nach Flüggen und nach Flüggen nach Hamburg. Und es war damals noch sehr selten, sehr unabhängig, dass man DEMONSTRATION machte, dass man DEMO, noch gar nicht so gut geht. Es ist so, es ist kurz. Azt schon ein paar Jahre vorhin, Mägeraie قtel Benno, Mägeraie قtel Benno, Mägeraie Ktel-Bennow, Mägeraie Ktel-Bennow, Mägeraie Ktel-Bennow, Mägeraie Ktel-Bennow, Mägeraie Ktel-Bennow, Ove Zoukob, Bara-Haaie Ktel-Bennow, Bara-Haaie Ktel-Bennow, Bara-Haaie Ktel-Bennow, Mägeraie Ktel-Bennow. Nach dem Abitur sind wir alle in unsere verschiedenen Fachrichtungen an die verschiedenen Universitäten gegangen. Und wir hatten uns weitgehend aus den Augen verloren. Da ergab sich dass ich den Benno und die Christa eines Tages in der Cafeteria gesehen habe. Wir haben uns natürlich sehr freudig begrüßt und da sagte Benno, Ja, wir suchen erstmal eine Wohnung. Christa und ich, wir brauchen eine Wohnung. Da konnte ich spontan sagen, ja, die kannst du bei mir kriegen. Also dieser 2. Juni begann ganz unspektakulär. Wir wussten zwar, was wir heute noch tun wollten. Wir haben uns morgens gesehen und ich habe gesagt, ich gehe jetzt zum Schöneberger Ratus. Sie haben dann zum Abend hin gesagt, wir werden jetzt zur Oper. Und sie sind gegangen, ohne aufgeregt sein, ohne ängstlich zu sein oder ohne auch nur starken Zorn zu zeigen, aggressiv zu sein gegen den Schar und das Regime. Und dann kam auch Christa und hat gesagt, ja, sie hätte Benno verloren in diesem furchtbaren Gefühl. An einem gewissen Punkt ist meine Mutter lieber zurückgegangen, weil sie das Gefühl hatte, das könnte gefährlich werden, weil sie auch schon schwanger war und hat auf dem Rückweg sogar den Schuss gehört und noch gedacht, Oh Gott, die schießen sogar. Er ist auf jeden Fall da geblieben, weil ihm das, denke ich, wichtig war, zu protestieren und was gegen diese Ungerechtigkeiten speziell im Iran zu tun. Und hatte sogar ein kleines Plakat mit Freiheit für die Universität von Teheran. Wir sitzen hier in der Deutschen Oper. Hier auf den Plätzen saßen der Schar und seine Frau. Rang in der Mitte, Blick auf die Bühne. Draußen hinter uns, die Bismarckstraße, Demonstrationen. Hier drin lief die Zauberflöte von Mozart. Es gab den ganzen Tag in Berlin schon Demonstrationen gegen den Scharbesuch. Vor dem Schloss Charlottenburg, vor dem Rathaus Schöneberg vor allem. Das waren sehr heftige Auseinandersetzungen, zumal der Schar, man kann es nicht anders sagen, eigene Schläger mitgebracht hat. Dann wurden die Schilder abgemacht und dann hatten wir noch die Stangen, die Holzstangen. Und haben, wie die Wahnsinnigen, auf die Demonstranten eingeprügelt. Und die Berliner Polizei hat minutenlang zugesehen. Es sind abends mehr Leute bestimmt auch dadurch hierher gekommen. Man hat an der Uni darüber gesprochen, es war an den Nachrichten, was dort passiert ist. Haben die Knüppeln auf die Leute eingeschlagen und haben sie versucht wegzuschieben. Es war aber zugleich alles blockiert. Es ist eine Panik entstanden, es ist ein Wunder, dass dort nicht schon Menschen zu Tode gekommen sind. Dieser Demonstrant hier, der ist übers Gitter gestiegen und die Polizisten haben ihn sich gleich geschnappt. Dann haben sie ihn hierher getragen, in diese Nische und haben ihn dort zu viert verprügelt. Er konnte überhaupt nichts machen, er konnte nur die Hände über den Kopf halten. Und hier drin war ein Journalist aus England, Neil Escherson. Und er hat das gesehen und hat wie wahnsinnig eine Scheibe geklopft. So die Polizisten merken, sie werden bei ihnen aufhörter. Aber Neil Escherson hat es berichtigt. Der eine Operat an, hier in der Schah, die in dieser Operat, die Operatik von Mozart, die Operatik von der Operatik von Oszard. Er hat den Operatik von Oszard. Wir waren in dieser Prüfung, die wir in dieser Operatik von den Polizisten haben. Wir haben in dieser Operatik von der Polizisten geklopft. Die Polizisten wurden sehr schade gefordert. Wir stehen hier nach vielleicht 100 Meter von Europa entfernt, in Sichtweite, und das ist praktisch die Strecke der Eskalation von Europa hierher. Eine Eskalation nach der anderen ist. Dann sind alle Leute hier rein gerannt. Alles sind zivil. Die Leute waren zivil, hatten keinen Schlagstock, aber natürlich jeder hatte seine Waffe dabei. Hier sind jedenfalls alle rein. Und dann sind uniformierte Polizisten hinterher, Polizisten in Uniform, alle rein und haben die alle rausgedrückt. Und zwei Leute blieben übrig. Götz Friedenberg und Benne Onesorg. Wir haben hier diese Szene, die sich da schon abgespielt haben. Polizisten, die Leute raustragen, die prügeln, die Drohnen in der Haltung und mittendrin steht Benne Onesorg. Das ist das letzte Foto von ihm unverletzt. Der Punkt, wo das passiert ist, ist hinter dem VW hier. Da stand auch ein VW, ein VW Käfer. Hier, wir sehen hier das Heck. Dahinter lag Benne Onesorg. Hier sieht man auch noch mal, wo er genau gelegen hat. Nicht hinter dem ersten Auto, sondern hinter dem zweiten Auto, also hier. Der Polizist Karl-Heinz Kuras im Zivil, der Onesorg erschossen hat, hat hinterher behauptet, er wäre bedroht gewesen. Er war dort hinten, vielleicht war er irgendwie irgendwas verwickelt, aber er ist von dort über den Hof gelaufen, zu der Stelle, wo Onesorg festgehalten wurde, wo er gerade verprügelt wurde. Und hat zwischen den Polizisten, die ihn festgehalten oder verprügelt haben oder beides, die Waffe durchgehalten und geschossen. Onesorg hat die Waffe noch gesehen und hat gerufen, bitte nicht schießen. Wenn man auf den Schaar beherrn, dass eine Person von der Einwanderung geschossen hat, dann sagt der Schaar nur eine Person. Und das in den Mittwoorden, in dem Zeitpunkt, mit einem sehr großen Titel, dass die Schaar der Schaar nicht beeindruckt hat, dass eine Person von der Einwanderung geschossen hat. Was wir jetzt wissen, nach vielen, vielen Jahren, Kuras hat zwischen Polizisten, die Waffe durchgehalten und hat aus ganz kurzer Distanz abgedrückt. Einfach bewusst in den Kopf geschossen. Hinter Onesorg, in der Schussrichtung, stand ein Mann, ein Vorgesetzter von Kuras. Er hat abends zu seiner Frau gesagt, der Student, der da gestorben ist, der hat mir das Leben gerettet. Dann haben wir gewartet darauf, haben auch das Radio eingeschaltet, um über die Nachrichten irgendwas zu erfahren. Und dann kamen so die ersten Meldungen, das waren aber alles so ungenaue Meldungen. Und dann wurde gesagt, ein Polizist ist verletzt worden. Und dann wurde gesagt, ein Polizist ist schwer verletzt worden. Und dann wurde gesagt, ein Polizist ist getötet worden. Und die Aufregung, die Unruhe und die Sorge bei uns wurde immer größer, dass das vielleicht doch hätte Benno sein können. Und dann kam am frühen Morgen, kam ein Polizist und der brachte die Meldung, dass Benno schwer verletzt, angeschossen, schwer verletzt, ins Krankenhaus gekommen ist. Und die Todesnachricht, spätestens da war klar. Es war auch in der Nacht, es kam irgendwann eine Nachricht, die auch Christa völlig die Fassung geraubt hat, weil da diese Todesmeldung gekommen ist. Sie lief schreiend in der Wohnung, auf und ab, konnte sich überhaupt nicht befassen, wollte sich aufs Fenster stürzen. Mir war überhaupt nicht zu beruhigen. Ja, ich glaube nicht, dass meine Mutter jemals darüber hinweggekommen ist und dass sie mit der Sache zu kämpfen hatte für den Rest ihres Lebens und versucht hat, damit klarzukommen, was ihr, glaube ich, nicht wirklich gut gelungen ist. Die Todesmahein Die Todesmahein Die Todesmahein Die 2nd Juni 1967 in West Berlin waren der Zeit, wo der Student Movement sprach von West Berlin zu all den anderen West-German Universitäten, und wo viele Leute wurden aktiv und radicalisiert. Die Iranischen Studenten waren die größere Gruppe von Studenten in West-Germann. Sie waren eine sehr aktiv und gut organisierte Opposition-Force zu den Schar-Regime zurück. Und seit 1960, diese Iranischen Studenten-Assoziation hat versucht, zu verabschieden mit German Studenten-Unienz, meistens von der Left-Wing, wie die Socialist-German Student-Federation. In der Zeitung, die sich die Schar-German in den Ländern wiederum bestand aus dem Schar-Regime zu haben, 1957. We had a French company in France. Then, with the team of the team, which was in Berlin, like Rudy Dochke, who was a team of the team who was in the area, and then the team of Baden-Meinhof was taken. We had different groups. There was no doubt. There were different groups, Die Konferenzierung der Konferenzierung der Konferenzierung der Konferenzierung Ich habe mir den Argumenten über den Konfiguraten. Ich bin der Konfiguraten, die Konfiguraten der Konfiguraten, die Konfiguraten in Karsch-Ruhe, der das Socialdemokratische Konfiguraten, war eine Konfiguraten Konfiguraten. Ich habe einen Konfiguraten, die Konfiguraten in Konfiguraten mit Konfiguraten. Sie haben gedacht, dass sie eine Lebensfreundliche Bewegung für die Demokratie in Iran wollen. Ich war in Deutschland größer, das Ausdaten in Deutschland. In Deutschland, es war ein 20-30er Konferenzen. Die Konferenzen waren größer als die Konferenzen in Europa. Wir haben 15-16 Jahre gearbeitet. Wir waren 45-15 Jahre, 45-jährige Gruppen in der Geschichte. Und das ist eine große Herausforderung in Iran. Wir können 15-16 Jahre mit uns arbeiten. Ein anderes, was in Konferenzen, war eine Nase-Konferenzen. Die Nase-Konferenzen wurden gewandert. Wir haben keinen Fall auf den Kölnischen 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 Kölnischen. Ich bin der Jahre alt-Leute, der Fischenheim Behandel von der Kirchei veranktab Frankfort war. Es war ein Verständnis für die Arbeit. Für die Verständnis bei diesem Frage, ich habe einen Verständnis von Axel Honnett über die Verständnis der Verständnis von der Verständnis in Frankfurt. Es gab eine Debatte in den Institutionen. Wie Sie wissen, Adorno war der Zeit. Und weil viele ihrer eigenen Studierenden waren sehr viel involviert in die Student-Movement und diese Studierenden auch die Themen der Student-Movement in den Seminaren mussten sie mit dem Thema beschäftigen. All die Zeit. The specific disagreement started when the question came up, what kind of violence should be allowed to be used in the classroom and on the streets. And I think the outburst of these conflicts happened when the students tried to enter, not this institute, they had another building not far away from here, which they entered and tried to keep. And nobody is able up until now to tell who. Somebody called the police. One of these three directors called the police. Adorno is accused of it. I know, but also Habermas and also Friedeburg. So there are thousands of discussions. And when I spoke with Friedeburg, I think he said something like it was Adorno. Anyway, Adorno definitely was the one most frightened of certain forms of violence. There were certain attacks on the professors. Also on Adorno, you remember this famous story, two women showing their breasts naked. They came close to Adorno, who was shocked by that. And definitely deeply humiliated. I think he saw it with a certain sympathy, but a deep mistrust. Especially as soon as certain forms of violence came up. I mean, he was so frightened that this could go in the wrong direction. He was still, let's say, in the aftershock of the Holocaust. All forms of violence were seen as being dangerous. So in that sense, I think, and you see it in his face when you see certain photos of the time. His main attitude was anxiety. The light of the world was changed. I think he heard a fog of violence. Er hat die Erachter-Kunz und die Ausgaben gesucht. Er hat die Erachter-Kunz und die Erachter-Kunz und die Erachter-Kunz. eines Entwicklungslandes, und das hat viel Aufmerksamkeit zwischen West-Germain-Studien, weil sie den Schah zu kommen und sie zu schauen, eine Literatur zu informieren, über die Situation in Iran. Dieses Buch ist im März 67 erschienen, also relativ kurz vor dem Besuch des Schahs. Soweit ich weiß, ist das Buch gemacht worden wegen des Schahbesuchs, also sozusagen, um da mal eine Gegenöffentlichkeit herzustellen. Das war auch etwas, was es damals so noch nicht gab, dass Leute dann so sagten, okay, wir machen da jetzt ein Buch zu dem Thema, wir wollen irgendwie aufklären über das, was in diesem Land los ist. Dieses Buch von Barman-Niromant ist auf alle Fälle sehr zentral für die Ereignisse vom 2. Juni 67. Ich glaube nicht, dass so viele Leute dort hingegangen wären und demonstriert hätten, wenn sie nicht die Gelegenheit gehabt hätten, sich an dieses Buches zu informieren. Und ich glaube auch, dass Benno Onesok das gemacht hat. Also dass Benno Onesok, weil er dieses Buch nicht die Ereignisse hat. von der foi in das Weltkarte, ökete und die Weltkarte der Weltkarte, die eine Vorstellung bei der Weltkarte und der Weltkarte in die Weltkarte war es sehr spannend. Das Beispiel war und das Es gab auch die Vietnams-Vietnams, und es war ein sehr wichtiges Teil von den Wissenschaftlern in den 67 und 68 Jahren. Of course, das Buchstaben, die in den letzten Jahren in der deutschen Liste, war eine andere Grund, und das war die Iran-Eran-Dolatik zu den Buchstaben. Der Konvent, den Rektor der Freien Universität, ein Mann, der in seinem Land der Oppositionelle Professoren und Studenten verhaftet oder ersternt, keine Ehreignung durch Flagen Schmuck der Freien Universität zu arbeiten. Ich bin ein sehr guter Freund, als er die Frau angeht und die Künstlerlein angeht. Er war ein Mensch-Kartier, ein Mensch-Kartier, ein Mensch-Kartier, ein Mensch-Kartier, für ein Mensch-Kartier. Der Titel von Demokratie offen mit Verrat gleichgesetzt und vor einem Militärtribunal abgeurteilt, zu dessen Prozessen Öffentlichkeit und Presse keinen Zutritt haben. Wir wussten über die Diskussionsgruppen, über die Vorträge, über das Buch von Nürnberg, er musste nichts propagieren und er musste natürlich auch nicht propagiert werden. Das war diese Stille übereinflusst. Also diese Wohnung, die wir ja zu dritt bewohnt hatten, wurde nach diesem 2. Juni ein Treffpunkt für Diskussionen über dieses Ereignis und natürlich auch die Frage, was machen wir mit diesem Ereignis, wie müssen wir da auf den Staat reagieren. Letztlich sich daraus ja auch ganz radikale Bewegungen entwickelt haben. Bewegungen, also eine, die sich dann nach dem 2. Juni, der 2. Juni nannte, radikale Bewegung. Und da habe ich immer gedacht, nein, diese Bewegung hat mit Benno nun gar nichts mehr zu tun. Weil das würde seinem humanistischen Geist, seinem Menschenverständnis so widersprochen haben, dass er sich dagegen empört hätte. Dieses Foto zeigt Götz Friedenberg, er wird verprügelt. Im Hintergrund ist irgendwas, da sind ein paar Füße, das hat niemand interessiert. Und wenn man sich dieses Foto genau anguckt, sieht man da einen Fuß in so einem Latschen, wie ohne es auch ihn anhatte. Wir sehen das hier auf dem Foto ganz deutlich. Das sind solche Schuhe, die haben nur so zwei Riemen, hinten und einen vorne. Und das ist der gleiche Schuh. Und das heißt, es ist das, was wir sowieso auch in anderer Hinsicht inzwischen wissen, ohne Sorg war er im Ring vom Polizisten. Dann ist der Schuss gefallen in dieser Gruppe. Sie haben alle gesehen, dass Kuras gekommen ist, seine Waffe hingehalten und abgedrückt hat. Später habe ich erfahren, dass der Krankenwagen, der ihn ins Krankenhaus bringen sollte mit der Schussverletzung, so lange rumgefahren ist und an zwei Krankenhäusern, die am nächsten lagen, abgewiesen wurde und erst beim dritten Krankenhaus aufgenommen wurde, sodass die ganze Fahrt sich 45 Minuten hingezogen hat und er wahrscheinlich da schon tot oder nicht mehr zu retten war. Und als ich das gehört habe, war ich sehr geschockt. Der Arzt im Krankenhaus, der den Tod, wenn er ohne Sorgs, auf dem Leichenschein festgestellt hat, das heißt Romaljun Tatjadot. Sein Vater war Mustafa Tatjadot, ein enger Begleiter des Schahs und Finanzminister. Ich habe diesen Arzt später getroffen und ich hatte immer das Gefühl, dass er mir nicht die ganze Wahrheit sagt. Aber er hat mir immer gesagt, dass er die Leiche gar nicht mehr gesehen hat. Also er hat wohl Benno Ohnesok vorher gesehen. Er hat zu mir auch gesagt, man sieht es nicht, wenn jemand einen Einschuss hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man einen Einschuss nicht von einer Schlagwunde unterscheiden kann. Und das war dann eigentlich alles, was ich aus dem Mann herausbekommen konnte. Der Beifahrer vom Krankenwagen hat mir auch erzählt, dass er das Gefühl hatte, sie sollten in das Moabiter Krankenhaus fahren. Ich glaube, sie waren irgendwie begleitet von der Polizei. Das ist schon auffällig, dass genau in diesem Krankenhaus, wo Ohnesok eingeliefert wurde, war es nicht nur ein iranischer Arzt im Dienst, sondern dort lagerten die Blutreserven für den Fall, dass ein Attentat auf den Schah verübt wird oder wenn er einen Unfall gehabt hätte. Wir haben die Tatsache, dass die Blutkonserven für den Schah dort lagerten, erst vor wenigen Jahren von einer Krankenschwester gehört, die damals im Dienst war. Die sagte zu uns, wir haben auf den Schah gewartet und dann kam Ohnesok. Den Namen Schah zu hören und nicht an Benno zu denken, das geht nicht. Das gehört tragischerweise zusammen. Es ist ja auch immer noch eine so ungeklärte Sache. Warum hat der Kuras das getan, den Benno erschossen, glaube ich. Dieses mit dem Schah und die Assoziation mit Benno, wie plötzlich ein Weltgeschehen, das so plötzlich so ins eigene Leben drängt, dass man einen so geschätzten Freund, der noch so viel gemacht hätte, einen literarischen oder einen künstlerischen, der noch so viel hätte machen können und nichts mehr machen konnte, dass wir also nicht mehr erleben, was hätte er gemacht. Ich finde das schon unglaublich, dass sich der deutsche Staat oder auch Iran natürlich auch nicht jemals bei mir entschuldigt hat oder auf mich zugekommen ist oder irgendwelche Schritte unternommen hat, die fällig wären oder die das wiedergutmachen würden. Also keine Entschuldigung, keine Entschädigung, keine Wiederaufarbeitung. Es bleibt unsere Fantasie vorbehalten, zu sagen, ja, ich kann mir vorstellen, er würde heute wahrscheinlich ein wunderbarer Intendant eines Theaters sein. Ja, ich kann mir vorstellen, er würde heute nicht mehr sehen, ich kann mir vorstellen, er würde heute nicht mehr sehen, ich kann mir vorstellen, er würde heute nicht mehr sehen, Untertitelung des ZDF, 2020